Was geht ab Leute, hier ist wieder euer Ramon Scott am Start und im heutigen Video habe ich eine neue Methode, einen unsichtbaren Charakter zu bekommen. Invisible Body Glitch nach dem Patch 1.26, 1.28. Geht aber auch auf allen Konsolen und ich denke der geht auch auf dem PC. Der Founder von diesem Glitch ist World's Finest Gamer, ich habe seinen Link in meiner Videobeschreibung, check ihn out und gebe ihm eventuell sogar ein Abo. Wir tun auch dann um 20 Uhr Livestreamen mit ein paar anderen Freunden und ich tu dann den Link zum Livestream in die Beschreibung und jetzt gehen wir auch gleich ins Video. Als nächstes brauchst du einen Freund, der mit dir diesen Glitch machen will und dann brauchst du auch einen Doomloader mit Müll hinten dran, wie ich dir gleich zeige. Und dann braucht ihr eine volle 10 Auto Garage und die muss halt wie gesagt voll sein und dann zeige ich euch mal was euer Freund machen muss. Okay, dein Freund muss genau das machen, was ich mache. Für dieses Video habe ich einfach ein Auto von der Straße genommen, aber dann muss er reinfahren in die volle Garage mit dem Doomloader und muss X, dann Kreis und wieder X. Also wenn ihr reinkommt X, Kreis X. Und ihr müsst dann einfach hinten drauf auf diesen Doomloader und dann beziehungsweise auf dem Müll stehen und dann wird ihr einfach unsichtbar. Dann zeige ich euch noch ein paar mehrere Clips, nur dass ihr wisst genau was zu machen und genau wo zu stehen und so. Also ist halt ein bisschen Lock und alles und ja, dann sage ich euch, dass ich an dieser Stelle raus bin. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo gebt und mir einen Daumen hoch gebt und ja, ich sehe euch in dem nächsten Video.